Musik 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 Wow Musik Au Wie kann ich die daran hindern? Aha Musik Gut Weg da, weg da Wechseln Äh, wechseln Ups Äh Die Kanne Die Kanne Nein Falsches Ding Ja Habe ich jetzt alle Zähne? Ja, müsste ich haben Ups Ups Das ist schon So Willkommen zurück Ah Es ist etwas doof mit dem ganzzeitigen Unterbrechen Äh Gut, was bringt mir jetzt das? Ah Leben Schön Schön Das ist doch schon mal was Oh Tchuuu Ich bin ein Jetfighter Tchuuu Okay Okay Ist hinüber Jetzt hier weiter Katastrophen Können alle Familien treffen Miss Little Der Schaden der einen kann natürlich der Vorteil einer anderen Familie sein Und das entweder gilt für ein überlebendes Familienmitglied Du verstehst, was ich meine Warte mal Der will mir damit sagen David Cliff Dass wenn meine Familie gestorben ist Für mich zum Nutzen sein kann Obwohl Hier das fabelhafte Ah Da oben geht's weiter Das fabelhafte Äh Naja, Gedächtnis haben Und das fabelhaft krankhafte Hören Wo wir In unseren Gedanken Wasserpfeife blasen Ich bin erschüttert Sieh nur, was aus meinem schönen Tal geworden ist Alle Dinge ändern sich mit der Zeit Oft nicht zum Bessern Jep Ich hoffe, ich atme gerade nicht nochmal ins Mikrofon Ich bin mir da nicht sicher Hahaha Boah, die Klinge ist so geil Wow Du bist nicht geil Komm her Ja Hahaha Na? Komm schon Also wenn dann musst du mich auch Treffen können, ja? Und nicht so billig Hier rumlaufen Was haben wir denn Was haben wir denn hier? Oh, da ist noch was Dann gehen wir erstmal hier rüber Kann ich das vielleicht mit der Teepkanne platt machen? Nein Äh Äh Hallo? Nein Nein Nein, hier gibt es auch nichts kleines Gut Dann Ups Wieso ist das Ding jetzt spröde geworden? Ich 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 nicht verstehe Ich nicht verstehe Ich 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 Das ist Knife Whistle Na? Zeig dich du Qualle Ja Ich Ich Nutze die T-Kanone, um eine Wand aus der Ferne zu zerstören Hier Welche Wand soll ich wo aus welcher Ferne zerstören? Okay Ich weiß, welche Wand ich wo aus welcher Ferne zerstören soll Juhu, und Wieso gibt es da nur einen? Nein Scheiße Oh cool, ich bin inzwischen ein kleiner Schmetterling geworden Gut Äh, ja Und Äh, nein Diese bösen Teile Aua Ha Ha Nicht du Verdammt nochmal So Na komm her Aua Verdammt Dein Auge ist deine Schwäche Teepot Jetzt wirst du die volle Kraft meines Was ist das eigentlich für ein Feld? Ey Ich dachte schon, das hätte gerade Rosen Das war eigentlich nicht so geplant Aber wieso macht man keinen Motor-Skill-Josic Na komm Na komm Wieso geht das über den Boden? Ja Ja, du erreichst mich nicht, ne? Du bist zu schlecht Komm Der Regenschirm ist bereit Ey, das ist doch voll die geile Idee Warte Und Das ist zwar voll nubig, aber Ey Warum nicht? Warum soll man das nicht machen, wenn die Das Spiel einem die Gelegenheit gibt Hm Flieg runter Oh Na Gefällt dir mein Schaukelpferd? Juhu Oh Alice Warte mal Hier ist doch die Zugstelle Hier hat es doch angefangen Oder nicht? Daran kann ich mich doch noch erinnern Dass der hier runtergefallen ist Und in der Tunnel versperrt war Hm Hopp Und Na Was kommt da unten? Oh, das sieht Böse aus Oh 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 man sollte ja vielleicht nicht durchgehen So Bedeutet das irgendwas, dass man da Vielleicht gegenschießen kann? Nein Schade Äh Äh Äh